Optionsscheine stehen für einen Teil des Angriffs unserer Derivate 11. Sie weisen dabei aber auch ein paar Allüren auf, die manchmal eine genaue Einschätzung der Entwicklung erschweren. Grundsätzlich ist es aber mit den Optionsscheinen ganz einfach. Sie stehen für die deutlich überproportionale oder auch gehebelte Teilnahme an Kursentwicklungen, und zwar in beide Richtungen. Haben Sie mit Ihrer Erwartung die richtige Richtung erwischt, winkt eine Vervielfachung der Gewinne. Anderenfalls drohen allerdings auch ganz schnell deutliche Verluste. Im Gegensatz zu den defensiveren Zertifikate-Typen tritt am Ende der Laufzeit ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals, nicht erst bei einer Wertlosigkeit des Basiswertes, sondern bereits bei Nicht-Erreichen des Basispreises ein. Theoretisch verbrieft ein Optionsschein das Recht, den Basiswert während der Laufzeit oder am Laufzeitende zu kaufen oder zu verkaufen. In der Praxis findet am Laufzeitende in der Regel ein Bar-Ausgleich statt, bzw. die Optionsscheine werden vor Laufzeitende verkauft. Der Handel ist, wie bei allen anderen Derivaten auch, unter normalen Marktbedingungen möglich. Der Wert eines Optionsscheines wird neben dem Kurs des Basiswertes noch von einigen anderen Parametern, wie beispielsweise der Volatilität, zum Teil stark beeinflusst. Aufnahme von Neubert "'-② counseling'-③ übernehmen seit 2 Jahren um zum Teil von Siebau können yl